Dieses Buch ist eines der besten, die ich jemals gelesen habe und es ist auf jeden Fall der beste Beginn einer Buchreihe, die ich bisher kenne. Und das ist mein Review zu Empire of the Vampire oder im Deutschen Das Reich der Vampire von Jay Christoph. Versteht mich nicht falsch, als ich das Buch angefangen hatte, hatte ich damit gerechnet, dass es mir echt gefallen wird. Ich hatte sogar schon die Hoffnung, dass es 5 Sterne wird. Aber dass mich das Buch dermaßen umhaut, war für mich nicht denkbar. Das hat mir wirklich sowas von vom Hocker gehauen und ich freue mich einfach riesig, jetzt endlich darüber reden zu können. Es gibt keine Spoiler für das Buch, außer halt die Grundprämisse und worum es einigermaßen geht und worauf man sich einstellen kann, aber halt nichts, was ich persönlich als Spoiler bewerten würde. Worum geht es in dem Buch? Es ist quasi eine Mischung aus The Witcher und Last of Us in einer Vampirwelt. Das ist, finde ich, die beste Beschreibung, die man dafür geben kann. Die Geschichte handelt von Gabriel De Leon, dem größten Vampirjäger aller Zeiten. Und es ist halt ähnlich wie zum Beispiel Name des Windes mit einer Rabenhandlung erzählt. Das heißt, wir lernen Gabriel zuerst kennen, wie er bereits ein Gefangener, der Vampir ist. Und einer der Historiker der Vampire möchte ihm nach seinem Leben befragen, sein Leben aufzeichnen. Und Gabriel erzählt halt seine Geschichte und das ist die Geschichte, die wir dann bekommen. Und das ist halt meiner Meinung nach die beste Anwendungsweise dieser Art von Rabenhandlung, die ich kenne, ganz einfach, weil es so genial gemacht ist. Wir bekommen so oft irgendwelche kleinen Einwürfe von diesem anderen Vampir, Jean-François, dem Historiker. Und es sorgt einfach dafür, dass die ganze Handlung sich viel lebendiger anfühlt. Es wirkt nicht einfach nur wie, es ist ein Buch als Erzählung versteckt. Es ist wirklich eine Erzählung. Aber trotzdem ist es halt nicht nur diese einzige Erzählungshandlung. Wir haben halt zwei parallele Geschichten. Wir haben zum einen die Kindheit von Gabriel und wir sehen, wie er zu diesem krassen Vampirjäger geworden ist. Und dann haben wir noch eine zweite Handlung, wo er bereits ein gebrochener Mann ist, seinen Glauben verloren hat und die Möglichkeit hat, an einer Sache teilzuhaben, wie er sämtliche Vampire vernichten könnte. Und diese beiden Handlungen werden halt immer mal wieder parallel von dem Präsens Gabriel erzählt. Das heißt, technisch gesehen gibt es sogar drei Handlungsstränge. Aber das ist alles so genial zusammengepackt. Das ist einfach nur, das ist so gut geschrieben zur Handlung. Das erste Kapitel ist göttlich. Wir haben wirklich nur dieses einfache Gespräch zwischen dem Aufzeichner Jean-Francois und Gabriel. Und dieses Gespräch hat so eine geniale Spannung. Es ist so interessant geschrieben. Die Art, wie Stück für Stück Informationen freigegeben wird. Es war wirklich der absolute Hammer und hat einen sofort in die Geschichte reingerissen. Ich wusste wirklich so vom ersten Kapitel an, was lese ich hier? Das muss, das muss der Hammer sein. Und das war es dann halt auch. Gabriel erzählt, ist halt wirklich extrem gut darin, diese ganze, seine ganze Geschichte sehr interessant zu erzählen. Die Rahmenhandlung wird immer wieder genial benutzt. Und zum Beispiel, seine Kindheit ist halt super tragisch zum einen, wenn man das alles so Stück für Stück nachbekommt. Ich werde jetzt nicht genau dazu eingehen. Aber gleichzeitig haben wir dann auf einmal, wenn er von diesen Vampirjägern, nenne ich sie, einfach mal rekrutiert wird, kommt er dann in dieser Schule, wo er ein komplett neues Leben beginnen muss. Und das ist halt so, in dem Moment, wo ich mir so beim Lesen dachte, okay, jetzt wird dieses ganze Schulleben wenig langweilig, vielleicht mal was anderes. In dem Moment springen wir in die nächste Handlung und wir sehen diesen gealterten Gabriel. Und das war halt durch das ganze Buch hinweg mein Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich tanze auf Jay Christophs Handfläche und er weiß genau, wann muss er was machen, damit die Spannung bleibt. Wie muss er mich, wie muss er meine Emotionen manipulieren, damit ich auch am meisten davon getroffen werde. Und das hasse ich an diesem Buch und ich liebe es. Aber wie gesagt, was, was halt diese beiden verschiedenen Handlungsstränge so interessant macht, ist, dass die sich halt extrem gut miteinander verbinden lassen. Zum einen, wir sehen halt diesen Jungen, der nach Ruhm strebt, der versucht, ein Held zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir halt diesen Typen, der ohne irgendwelchen Grund jemanden umbringt, nur um sich zu retten. Es ist jetzt ein wenig übertrieben gesagt, aber das war für mich einfach so geil zu sehen. Und man fragt sich natürlich auch so die ganze Zeit, wie ist es dazu gekommen? Und dieser Gabriel in der späteren Handlung hat halt die Möglichkeit, den sogenannten Heiligen Kral zu finden, von dem gesagt wird, dass er alle Vampire vernichten kann. Dazu sage ich dann später nochmal mehr. Und deswegen ist diese Handlung wahrscheinlich die Haupthandlung der Trilogie dann, während diese Vorgeschichte ja nur im ersten Band ist. Und diese Handlungen spielen sich halt immer wieder hin und her so. Zum Beispiel bekommen wir in der Handlung vom alten Gabriel immer mal wieder Hinweise, was in der Zukunft vom jungen Gabriel passieren könnte. Aber gleichzeitig wird man da so oft mal auf eine falsche Fährte gelockt, weswegen man dann was komplett anderes erwartet und auch immer gespannt ist. Es lässt sich extrem schwer beschreiben, aber es ist einfach unglaublich genial geschrieben. Und es war wirklich so, dass ich die ganze Zeit von diesem Buch gefesselt war und alles verschlungen habe, was ich an Worten vor die Nase bekommen konnte. Es ist halt wirklich so, als hätte man in diesem einen Band zwei Bücher. Wir haben halt jeder dieser Handlungsstränge kommt auf sein eigenes Finale, hat einen genialen Abschluss. Und das sorgt halt dafür, dass ich, das ist halt, entweder magst du die eine Handlung mehr, vielleicht die andere, aber beide kommen zum geilen Höhepunkt. Und auch wenn ich zum Beispiel, als ich gegen Ende des Buches kam, habe ich mir so zuerst gedacht, Hm, okay, fällt dieses Ende jetzt so flach, okay, das ist jetzt ein wenig. Aber dann hat Jay Christoph nochmal so einen draufgelegt, dass es einfach ein so krank geiles Ende war, wie ich es nicht erwartet hatte. Und das war einfach so verdammt geil. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass die Bücher ein paar wunderschöne Illustrationen haben. Das ist vielleicht eines der Bücher, die ich nicht als Hörbuch empfehlen würde. Ganz einfach, weil einem dann die Illustrationen entgehen. Die sind halt sehr, die sind halt in diesem, Sie sind halt in diesem sehr alten Stil gehalten, was wunderbar in diese ganze Geschichte passt. Halt wirklich so, wie man in alten Büchern finden könnte, wirkt es jedenfalls so. Und für mich ist dieses Buch halt einfach Perfektion. Jeder kleine Handlungsstrang wurde perfekt gemacht. Wir haben dieses ganze Schulleben, die Underdog-Story von ihm, wir haben seinen Rivalen, wir haben die Liebesgeschichte. Und alles ist halt so schön abgestimmt, dass es niemals zu viel ist, niemals zu wenig. Jede Handlung hat irgendeine Bedeutung, jede Handlung ist irgendwie wichtig. Und das sorgt einfach dafür, dass dieses Buch sich im Gesamten einfach perfekt anfühlt. Damit zum Charakteren. Und natürlich, Gabriel ist die Hauptfigur und er ist einfach so ein geiler, cooler Charakter. Vor allem, weil wir ihn halt aus diesen zwei Perspektiven bekommen. Er ist zum einen ein Underdog, der ja alles tut, um Ruhm zu erhaschen, der unbedingt ein Held sein will. Und deswegen auch ein paar Entscheidungen treffen, die jetzt nicht so gut ankommen. Und gleichzeitig ist er halt dieser extrem verbitterte Mann, der seinen Glauben verloren hat. Und einfach nur seinem Ziel, ohne zu sagen, was es ist, hinterher springt, ohne sich für irgendjemanden zu jucken. Und das finde ich halt an dieser Figur so faszinierend. Und sie ist in so vielen Stellen extrem nervig oder extrem frustrierend. Aber jedes Mal ist es natürlich gewollt. Und man hat wirklich, und es ist wirklich so geschrieben, Christoph wollte hier, jetzt kannst du mal wütend auf ihn sein. Und das funktioniert jedes Mal. Abgesehen davon haben wir einen Haufen cooler Nebenfiguren. Astrid war für mich ein absolutes Highlight jedes Mal, wo wir eine Szene mit ihr hatten. Ganz einfach, weil die so eine coole Art hatten. So zum einen extrem arrogant, aber gleichzeitig auch extrem liebenswürdig. Dann hatten wir halt noch Dior und Dior ist der absolute Hammer. Sämtliche Dialoge zwischen Dior und Gabriel sind für mich Comedy pur. Die beiden haben so eine geile Dynamik. Und Dior ist auch die Figur, wo ich sagen würde, die Figur hat am meisten Fokus noch mit von allen Nebencharakteren. Und man könnte sie quasi so als zweite Hauptfigur in diesem Buch bezeichnen. Und abgesehen davon halt noch Chloe, Aaron DeCosta, Grauhand. Ich schätze mal, dass er im deutschen Grauhand heißt. All diese Figuren haben ihre eigenen kleinen Handlungsstränge, haben ihren eigenen kleinen Twists. Wo man sich denkt, okay, das hätte ich jetzt von dem Charakter nicht erwartet. Okay, das kommt jetzt echt cool. Und deswegen diese Charakterarbeit ist wieder auf absoluten Höhepunkt bei diesem Buch. Ich liebe es. Reden wir aber an der Stelle doch mal ein wenig über die Welt. Wie gesagt, es ist eine Welt, in der Vampire leben. Es ist eine sehr mittelalterliche, angehauchte Welt. Und ich glaube, und es ist aber so, dass sehr oft auch eine andere Sprache kommt. Ich glaube, es ist Französisch, nagelt mich aber nicht fest. Es könnte auch Richtung Italienisch gehen. Ist nicht mein Expertenbereich. Aber zum Beispiel halt, dass wir immer wieder, dass Figuren immer mal wieder die eine Sprache verwenden und dann die andere. Ich glaube, es ist Französisch. Und das sorgt halt dafür, dass es einfach Dialoge ein wenig interessanter sind und man wenig mehr aufpasst, sag ich jetzt mal. Und diese Welt, das halt, was das große Problem ist, ist, dass die Sonne vor mehreren Jahrzehnten verdunkelt wurde. Das heißt, die strahlt nicht mehr richtig. Die Leute nennen es Daystaff. Ich glaube, Tagestod würde es im Deutschen übersetzt werden. Und aus diesem Grund können Vampire halt auch am Tag raus und am Tag jagen. Vorher war es so, dass die Sonne den Vampiren ziemlich geschadet hat. Und jetzt ist es halt nur so, dass sie kleines bisschen schwächer sind, wenn sie am Tag draußen sind. Was halt auch der Grund ist, warum auf einmal gigantische Horden aus Vampiren die Königreiche anfallen und quasi versuchen, die Weltherrschaft zu erlangen. Und gleichzeitig sind die Vampire aber auch kein Monolith. Wir haben wirklich vier verschiedene großen Familien, die alle ihre eigenen Pläne haben, die alle ihre eigenen Blutlinien haben, ihre eigenen Mitglieder. Was nochmal so viel spannender ist. Und dann denen entgegenstehen halt die Donneragent, heißen sie glaube ich, die Pale Bloods. Das, ich glaube, Blassblüter könnten sie genannt werden. Wie gesagt, ich habe es auf Englisch gelesen. Und das sind halt Kinder von Vampiren. Und halt wenn ein Vampir mit einer Sterblichen ein Kind zeugt, dann kommt da ein Halbvampir raus. Und das ist ein sogenanntes Pale Blood. Und einer davon ist zum Beispiel Gabriel. Und die haben halt verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, denen macht die Sonne zwar nichts aus, aber dafür haben sie extrem Blutdurst. Sie haben aber auch die Kräfte eines Vampires, sind dementsprechend stärker als ein normaler Mensch. Haben auch Zugriff auf deren Familienfähigkeiten. Dazu sage ich gleich nochmal was. Und das sorgt halt einfach dafür, dass die Pale Bloods, diese Vampirjäger, ein super faszinierender Aspekt der Geschichte sind. Weil sie zum einen halt auch quasi wie die Vampire verflucht sind. Und sich zusammenreißen müssen, um nicht irgendeinen anderen Menschen auf einem anzufallen und ihm das Blut auszusaugen. Aber gleichzeitig sind sie halt so das Einzige, was zwischen den Menschen und der totalen Vernichtung steht. Und das sorgt halt einfach für eine super krasse Spannung. Und dieser heilige Kral, um den es in diesem Buch zum Teil geht, der soll halt angeblich dazu fähig sein, die Sonne, die Dunkelheit vor der Sonne wieder verschwinden zu lassen. Damit Daystaff aufhört und alle Vampire durch die Sonne vernichtet werden. Und was ich in diesem Buch so geil finde, sind halt diese Monster, die Vampire. Die sind, sie sind extrem bedrohlich. Okay, sie sind super gruselig. Das ist ja nicht so ein Twilight-Zeug. Die Dinge sind wirklich Horror pur. Aber was ich gleichzeitig cool finde, wenn Vampire ein Opfer beißen, gibt es natürlich die Chance, dass dieses Opfer nach dem Tod wieder aufersteht und ebenfalls zum Vampir wird. Aber wenn das Opfer zu lange tot ist und dann erst wieder aufersteht und dabei schon ein wenig verrottet ist, dann hat es auch nicht eine wirkliche Intelligenz. Weswegen sehr viele dieser Vampire fast schon mehr an Zombies erinnert. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Kampf gegen Vampire, aber auch ein wenig ein Kampf geben Zombies mit Vampir-Zähnchen. Deswegen, das fand ich noch so cool, weil das alles noch ein wenig zusammengebracht hat. Es gibt an sich in dieser Welt noch viele andere Kreaturen. Fae wurden, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, aber auf denen liegt einfach kein Fokus und die sind auch nicht wichtig. Es ist halt wirklich, der Fokus liegt auf den Vampiren und einer der Geistenaspekte daran ist, je nachdem welcher Familie die Vampire angehört, haben sie bestimmte Kräfte. Zum Beispiel, die einen haben extrem starke Haut, andere können mit die Gefühle eines anderen Menschen manipulieren. Und andere können Tiere kontrollieren und ich glaube, die vierten, die sind extrem stark von der Kraft her. Und halt, wenn einer dieser Pale-Platz gezeugt wird, dann hat er je nachdem, wessen Familie sein Vater angehört, ebenfalls eine der Kräfte. Und das sorgt halt dafür, dass all diese Familien, all diese Pale-Platz, all diese Donner-Gent untereinander aufgeteilt werden nach diesen Kräften, was einfach die ganzen Kämpfe nochmal ein wenig spannender macht. Und auch, wenn es jetzt am Anfang so wirkt, als würde Gabriel in diese Welt kommen, wo bereits alles klar ist, wo bereits alle Regeln feststehen, so ist es nicht. Es gibt noch so viele Geheimnisse, die Stück für Stück entdeckt werden müssen, die noch irgendwie offen sind und auch am Ende des ersten Bandes noch offen sind, weswegen es war der Hammer. Und zuletzt noch ein Aspekt, den ich in diesem Buch abgöttisch geliebt habe, war, wie J. Christoph über Religion und Fanatismus geschrieben hat. Ich hatte am Anfang das Gefühl, okay, diese Herangehensweise ist nicht ganz für mich, aber wie es am Ende gelöst wurde, war für mich super spannend. Und es sorgt einfach dafür, dass man das gesamte Buch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Ich bin wirklich super gespannt, wie diese Thematik in den nächsten beiden Bänden weiter behandelt wird. Ganz einfach, weil es für mich so super interessant war, das alles zu sehen. Also ja, für mich ein absolutes Highlight. Ich bin saufroh, dieses Buch gelesen zu haben, noch bevor der zweite Band raus ist. Band 2 und dann später Band 3 sind für mich jetzt so ganz hoch zu den meisterwarteten Büchern überhaupt gerückt. Nur ganz knapp unter Sturmlichtchroniken Band 5. Deswegen, ich habe dieses Buch geliebt. Habt ihr es Reich der Vampire gelesen? Wie ist eure Meinung dazu? Denkt ihr vielleicht noch darüber nach? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und für weitere Buchreviews einfach den Kanal abonnieren. Danke fürs Zusehen und ciao.